Arbeit, du Verwirrung. Arbeit, du Arschloch. Arbeit, du Hoffnung. Arbeit, du Ablenkung. Arbeit, du Zweifel. Arbeit, du faule Sau. Arbeit, du Roboter. Herr Doktor Arbeit. Guten Abend. Guten Abend. Einige sehen in Ihnen ja den neuen Messias und die Lösung aller Probleme. Was wird genau passieren, wenn jetzt plötzlich alle Menschen 1.000 Euro im Monat in Bedingung bekommen? Haben Sie dann nicht Angst, Ihre Stelle zu verlieren? Musik mal. Er Assistance. Arbeit, duess. Apa,азыв 9.000 Euro im Monat. zwar iss. Sie kriegt uns auf den Mond. Arbeit hilft uns aus der Not. Unsere Rettung vor dem Tod. Arbeit ist die Religion. Am Ende werden wir verloren. Aber im Himmel war der Tod. Das geht, denn wir sind arbeitslos. 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 Untertitelung des ZDF, 2020